Kennst du den November Blues oder leichte Lethargie im November, leichte Depressionen, die vielleicht auch schon so in Richtung Burnout gehen? Kommt dir das so ansatzweise bekannt vor? Hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier auf meinem Kanal, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen lächelnd von mir gebe. Das ist natürlich für viele, viele ein Thema, eine Herausforderung, wenn jetzt gerade im November die Tage kürzer werden, die Nächte länger werden, so die dunkle Jahreszeit beginnt. Die Natur zieht sich zurück, ruht sich aus, gönnt sich eine Pause, aber wir Menschen gönnen uns das nicht und glauben da immer weiter durchstarten zu können oder zu müssen überhaupt. Ja, wir haben natürlich so unseren Alltag, wir haben unsere Verpflichtungen, wir haben unsere Aufgaben und wir können uns nicht so ganz zurückziehen in einen Bau, in den Winterschlaf und ja, im Frühjahr nochmal erwachen und nochmal unser ganzes Licht erstrahlen lassen. Und gerade deshalb ist diese Zeit, die jetzt bevorsteht, für viele einfach so eine Herausforderung. Und es ist schon seit vier Jahren zu einer festen Instanz geworden, dass im November eine Lebensfreude-Challenge startet, die dir dabei hilft, Burnout, Depression, Lethargie und Co. keine Chance zu geben. Und die startet auch jetzt wieder am 1. November. Die begleite dich dabei, dass du morgens schon mit einer ganz, ganz tollen Inspiration in deinen Tag starten kannst und ja, wirklich gerade den November auf eine andere Art und Weise mal erlebst. Dann schau mal, stell dir mal vor, du stehst morgens auf, gehst an deinen Computer oder an dein Handy, gehst in dein E-Mail-Postfach und da ist schon eine Videobotschaft für dich drin, die kurz und knackig ist, also maximal ein paar Minuten, damit du auch wirklich Zeit hast, dir diese Videobotschaft anzuschauen und dich inspirieren zu lassen, bevor du in deinen Alltag startest, was auch immer du machst, dann hast du doch schon mal gleich einen ganz, ganz anderen Start in den Tag, hast Rückenstärkung und ein kleines Lächeln, husch dir doch schon mal viel, viel leichter dann übers Gesicht, was dir einfach so den Tag erleichtert und ja, diese Jahreszeit, den November eben auch, ja, leichter und freudvoller für dich machen lässt. Denn genau das ist das, womit ich dich jetzt mit diesem Beitrag inspirieren möchte. Schau mal, unter dem Video hier findest du in der Box den Link dazu, wo du dich anmelden kannst. Das Ganze ist natürlich kostenfrei, versteht sich von selbst. Am 1. November geht's los und vom Ablauf her ist es so, dass du morgens ab 5 Uhr dann jeweils eine Videobotschaft automatisch in deinem Postfach von mir findest. Kleine, knackige Inspirationen, die dir wirklich helfen, ja, freudvoller durch den Tag zu starten und das wird natürlich auch über den November hinaus noch anhalten. Ich schicke dir eine ganz liebe Umarmung und ja, hoffe, wir sehen uns dann bei der Lebensfreude Challenge im November 2018. Den Link findest du in der Infobox. Alles Liebe, bis dann, tschüss!